Wieso hat sie mich nicht erkannt? Für die siehst du nicht so aus wie du und hörst dich auch nicht so an. Versuchst du denen zu sagen, wer du bist, kommt nur Kauderwelsch raus. Das Universum lässt in seiner unendlichen Weisheit nicht zu, dass du dich zu erkennen gibst. Es ist grüher als wir. Und wie sehe ich jetzt aus? Das sind deine Ausweise. Einige von Bundesbehörden, von nützlichen Einrichtungen, wo immer wir Zutritt brauchen. Echt jetzt? Ich bin ein alter Chineser? Was ist mit ihnen?